Ja ihr Lieben, begrüße euch zum nächsten Trailer. Wir haben zwar immer noch den 18.02.2024, aber das Witt wird tatsächlich erst am 19. erscheinen. Im Moment gibt es auch wieder Hochladeprobleme bei BitChute, die Predigt vom Jakob. Ist halt immer so ein bisschen spannend, wie es denn weitergeht, aber was jetzt diesen Hauptfilm, dieses Hauptfilm hier betrifft, ja, hier wirklich ein bärenstarker Beitrag von Ansage, auch wieder in der Hoffnung, dass der Text stimmt, sinnloser und fremder Krieg in der Ukraine. Offener Brief von Generalmajor AD, Gerd Schulze-Rohenhof. Der hat schon Potenzial, das kann man schon so sagen. Gibt zwar auch noch ein paar andere Sachen, aber ich würde sagen, das ist jetzt hier tatsächlich das, worauf es jetzt in diesem, meinem Video ankommt. Wieder zu schauen bei VK BitChute Odyssey, getrailert bei Rumble und dreimal bei YouTube. Ja, und dann müsst ihr immer entscheiden, ist ja eure Lebenszeit, ob ihr da die opfert oder aufbringt oder neue Erkenntnisse gewinnen wollt oder je nachdem. Und ja, eben nochmal, dann vielleicht bis gleich. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.